Ah, und willkommen schon wieder zurück zu meinem Let's Play Crysis 2 mit dem Gar Danforth. So. Der steht blöd. Hier ist so ein rotglühender. Oh, und meine Freunde, die großen Fetten. Ich habe vor allem diesmal kein Z4 und keine Jaw. Das eignet sich hervorragend, um zu fehlen. Und das zweite V4 läuft zu mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh, okay, gut. Ich kann nur hoffen, dass es mich nicht sieht. Und dann aktiviere ich mal diesen. Okay, der läuft hier rum. Sieht mich nicht, aber hier unten ist auch nicht wirklich was, was mir weiterhelfen könnte. Irgendwie eine Meldung, dass da... Hau ab. Ja, eine Meldung, dass da irgendwas ist. Das ist ein... Irgendwas. Okay, ich bin jetzt ein wenig... Physisch festgenagelt. Geil. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Er läuft weg. Und einen Sniper brauche ich nicht mehr, denn ich bin eigentlich schon... Ach, 80 Munition, das ist nicht der Ernst. Na, klasse, aber okay, gut. Besser ist nichts. Mein Lieblings... Typ ist... Weg. Ich werde bloß noch wissen, wo. Hä, ich glaube, wo ist denn der hin? Nach der... Oh, geil, der haut ja wirklich gänzlich ab. Okay, jetzt erstmal... oberste Priorität... Munition suchen, obwohl ich kann das doch gleich kaputt machen. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Knifflig. Ah. Mein Freund ist mir dicht auf den Fersen. Sehr dicht. Jetzt kann ich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Zündetriebe die zentrale Erienstruktur. Tarnfeld aktiviert. Boah. Ich bin so... Ich bin noch nicht gerettet. Er hat mich noch nicht gesehen. Tarnfeld aktiviert. Ich pirsch mich hinter... ...diese... einen Typen vorbei. Ganz langsam. Er rennt an mir vorbei. Wunderbar. Digga, wir könnten richtig gute Freunde werden. Wenn du nicht auf der feindlichen Seite wärst. Hm. Und jetzt renn, 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 renn. Oh mein Gott. Wow. Cool. Gut. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Nanospur-Infizierung. Filteren. Zuge unterwegs. Ausgezeichnet. Erkennung. Kommunikation. Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Nein. Nein. Ach, ich sollte was machen. Ja, sagt mir das doch einer. Okay, ich kann nicht da hin. Bug. Bug. Ich will da hin. Jetzt. Gut. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Nanospuren für Verzehrung. Filteren. Zurück unterwegs. Ausgezeichnet. Erkennung. Kommunikation. Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Und ich mache mich bereit, um jetzt ganz schnell da hochzuklettern. Nein, nein, nein. Ach, echt. Mehr Widerstand als erwartet. Sie sollten... Entschuldigen Sie mich bitte. Oh, geil. Oh, geil. Back from the underground. Das hier? Nein. Ach du Scheiße. Entkomme der Flut. Ja. Da ist er, da ist er. Genau so. Die Barriere ist unten. Laufen Sie, Elkidress. Sie müssen da lebend raus. Sie und der Anzug sind unsere einzige Hoffnung. Äh, hallo? Okay, gut. Ich soll mich wirklich beeilen. Das ist nicht nur rumgelaber. Oh, der hat er doch. LOL. Analyse des BNG-W-Direktors abgeschlossen. Nanoform-Analyse abgeschlossen. Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite 76%. Sperrprotokoll wird benötigt. Gut, okay. Äh, freulich ist das natürlich jetzt nicht. Aber ich denke, ich lebe noch. Bin total angeschlagen und liege an einem schön sonnigen Strand in Hawaii. Das brauche ich nämlich jetzt. Er muss hier irgendwo sein. Ja, wenn dieses Ordnungsgerät von Ghoul tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist? Scheiß Pentagon. Ist denn das zu glauben? Ruhe, Marine. Wir haben der Weg nicht. Da! Da drüben! Feind er! Ja! 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 Ich bin's, Chino. Erinnern Sie sich? Nö. Was ist mit ihm geschehen? Okay. Oh, ein Sturmvisier. Yay. Geil. Okay. Cooler Gangster. Unterstütze die Delta Company. Erreiche den Exfiltrationspunkt. Okay, das sieht dann noch ein bisschen scheiße aus. Ach, komm schon. Es geht schneller. Los. Besorgen Sie sich Feuerkraft. Sie werden sie brauchen. Sprengungsgar. Okay. Gut. Was haben wir hier? Ja, ja. Wunderbar. Laden wir hier mal nach. Das habe ich herausgefunden. Macht man mit. Tast 2. Ich wusste es am Anfang echt nicht. Delta 3, hören Sie mich? Wie sieht's aus? Ich höre Sie, Sir. Wir haben Moluskenangriffe von allen Seiten. Müssen an einen sicheren Ort. Haben Sie den Anzug, Kerl? Ja, wir haben ihn. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir kommen. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Den Anzug, Kerl? Ja, das bin ich. Ich habe so einen tollen Namen. Und da habe ich ja schon die Freiheitsstator gesehen. Ah, herrlich. Schön. Ja, da kommt irgendwas. Okay, das sieht sehr zynisch aus. Aber richtig genial. Mit der Sonne. Wow. Echt klasse. Wenn ich mich recht erinnere. Ist das hier der Teil von der Demo. Mal los. Schwellen Ruhe. Hm. Okay. Lass mir was übrig. Na, komm schon raus. Die sind so schnell. Das ist das Blöde daran. Ist hier schon wieder einer? Komm, stopp. So. Wir beide. Wunderbar. Haha. Und da gibt es zwei. Ah, da sind diese Leuchtviecher. Keine Granaten. Der ist tot. Hier unten geht es durch. Das gefällt mir. Aber es bringt mir wahrscheinlich nichts. Nur tote Kameraden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wow. Munition. Ja, gut. Okay, das ist so ein bisschen jetzt Überlebenskampf. Das ist so ein bisschen viel schneller als ich. So, okay. Okay, ich habe jetzt hier einen sehr heiklen Zwischenstopp. Ah, die Zeit ist schon wieder rum. Also, bis hoffentlich... Moment. Jetzt. Bis hoffentlich gleich. Bye, bye.